Musik Ja, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste, ich darf Sie in dieser, wie ich weiterhin finde, wunderschönen Aula unserer Schule zum Tattoo. Ganz herzlich begrüßen. Aber dabei erhält jedes Kind in allen klassischen Fächern, in den Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften, Religion, eine hochwertige fachliche Ausbildung, die oft richtig rückende Ergebnisse der Schule bei zentralen Prüfungen, besonders im zentralen Abitur, beweisen das. Wer mit der Becker oder Schullandschaft ein bisschen vertraut ist, verbindet das aber mit den drei Profilfächern Kunst, Musik und Sport. Den vierten Schwellen bilden aber die Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik, eingeschlossen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.